So, Splatoon 2 Tour ist morgen. Ab 17 Uhr live streamen, also um 17 Uhr bin ich morgen live. Und bringe zuerst, ähm... Ja, ich darf, bringe zuerst quasi so... Also, wir reden da ein bisschen über die Splatoon 2 Global Testfire. Und ich pressen generell ein bisschen. Und so weiter. Also, ich pressen ein bisschen über Splatoon 2, was uns erwarten wird. Mit einem Freund. Und um 18 Uhr legen wir dann gleich los. Splatoon 2 online auf Nintendo Switch. Die ganzen vier Stunden. Darauf kannst du dir alles freuen. Und dementsprechend, ähm... Wird es sich lohnen, morgen vorbei zu sollen, ne? Ab 18 Uhr sind wir, übertragen wir live. Nintendo Splatfest, richtig im Hype. Und davor tun wir eben ab 17 Uhr Mittag über die Global Testfire. Und generelle Sachen muss ich da zum 2 reden. Das ist wieder der Plan. Ich hoffe, euch gefällt's. Und ich seit morgen dabei, ne? Ab 17 Uhr live hier auf unserem Channel.